So, hallo, ich bin Florian von Stolz3D und heute zeige ich euch mal ein ganz einfaches Tutorial, nämlich das sogenannte Simple Parts. Das ist ein Tutorial, das schon sehr lange, schon seit einigen Jahren in der offiziellen FreeCAD-Dokumentation herumgeistert. Ein sehr sinnvolles Tutorial, das man gerade, wenn man mit FreeCAD anfängt, einfach mal machen sollte. Und wichtig ist, warum dieses Video so wichtig ist, ich werde dieses Tutorial heute mit der FreeCAD 1.0, mit der brandneuen 1.0 machen. Ich werde auf die Fallstricke, auf die Unterschiede, auf die Vorteile alles genau eingehen, wie funktioniert dieses Tutorial mit der 1.0. An den entsprechenden Stellen werde ich jetzt immer erklären, früher war das so, heute machen wir das so, dann seht ihr auch schon gleich die Unterschiede. Es haben sich ein paar Tools geändert, also hier oben von den Werkzeugen in der Werkzeugleiste und das gesamte Vorgehen ist jetzt auch ein bisschen anders. Und zum guter Letzt werde ich euch noch demonstrieren, was es bedeutet, dass die Entwickler das sogenannte Toponaming repariert haben, wie wir jetzt hier arbeiten können, ohne dass es uns wie früher die Geometrie zerschießt. Also bleibt auf jeden Fall dran, schaut euch das Teil bis zum Ende an und macht es auf jeden Fall selbst auch mal nach. Wir arbeiten heute mit folgender FreeCAD-Version, das ist die 1.00 mit der Revision 39109 vom 18. November 2024. Wir starten mit einer neuen Datei in der Part Design Workbench, wie man hier oben auch schon an dem Symbol in meiner Symbolleiste sieht. Wir wollen möglichst viel hier rechts über die Aufgabenliste erledigen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Übung, um zu schauen, wie uns das Programm immer vorschlägt, welche Schritte als nächstes auszuführen sind. Wir starten zunächst mal mit einem neuen Körper, also Körper erstellen. Dann schlägt er uns vor, dass wir eine Skizze erstellen. Jetzt müssen wir noch sagen, wo die Skizze liegt. Da würde ich vorschlagen, dass wir jetzt mal diese Basis-Ebene YZ nehmen, die Ebene von rechts einmal anklicken, dann richtet sich der Sketcher automatisch so aus. Und jetzt können wir anfangen zu zeichnen. Ich drücke mal die mittlere Maustaste und schiebe das ein bisschen hier so runter, denn ich möchte hier oben rechts in diesem Quadranten zeichnen. Wir halten uns hier sehr eng an die Originalaufgabe aus der Dokumentation. Allerdings benutzen wir nicht das Linientool, sondern links nebendran das Linienzugtool, da wir dann verbundene Linien automatisch nutzen können. So, einmal anklicken, jetzt ist das aktiv. Wir starten mit einer Linie in etwa hier, gehen dann nach unten mit der Maus, bis wir hier die Horizontalachse treffen. Wir gucken, dass wir einigermaßen vertikal sind, weil dann sehen wir, dass neben dem Mauszeiger so ein kleines Symbol auftaucht, so ein roter Strich, der von oben nach unten geht. Seht ihr den? Also wenn ich ein bisschen zu schräg bin, seht ihr ihn nicht. Wenn ich ganz gerade nach unten bin, seht ihr ihn. So, und wenn der erscheint, bedeutet das, es wird eine automatische Einschränkung gesetzt für eine vertikale Linie. Genau das möchte ich. Also dann einmal klicken und jetzt ist an dieser schwarzen Linie hier auch das Symbol dran. Dann ziehen wir den Mauszeiger nach links, bis wir auf den Skizzenursprung stoßen. Dort klicken wir noch mal. Dann gehen wir nach oben ein Stück, klicken noch mal, gehen schräg rüber, klicken noch einmal, dann gehen wir waagerecht rüber, so in etwa bis hier. Wir schauen jetzt wieder, dass die waagerechte Einschränkung gesetzt wird. Ihr seht das, wenn wir ziemlich genau waagerecht sind, erscheint die automatisch hier. Einmal klicken. So, und jetzt fehlt hier noch der Bogen. Der wird im Original-Tutorial separat erzeugt. Das müssen wir aber nicht tun, sondern wir drücken die Taste M, M wie Marta, dreimal, eins, zwei, drei und starten jetzt hier einen Kreisbogen. Ja, ihr seht das, dass wir jetzt aus der Linie hier mit dem Kreisbogen rausgehen. Der schließt auch an die waagerechte Linie, schließt der Tangential an. Wenn ich jetzt hier klicke und verbinde ihn mit dem Punkt, dann könnt ihr hier sehr genau schon mal sehen, was Tangential bedeutet. Und zwar ist er hier Tangential aus diesem Bogen raus. Hier ist auch schon die entsprechende Zwangsbedingung gesetzt Tangential. Hier geht er nicht Tangential rein. Also hier ist so eine kleine Ecke. Dementsprechend ist hier auch keine Tangentiale Einschränkung. Die fehlt uns jetzt. Und die machen wir jetzt als nächstes. Denn bevor wir irgendwelche Bemaßungen setzen, machen wir zunächst die geometrischen Einschränkungen. Also wir wählen hier oben die Tangentiale Einschränkung, wählen den Bogen und wählen hier die vertikale Linie. Dann kommt eine Info, eine Endpunkt-zu-Endpunkt-Tangente wurde angelegt. Die Koinzidenz-Einschränkung wird überlöscht. Das ist in Ordnung. Einmal auf OK. Also das sieht sehr gut aus. Wir müssen jetzt nur noch die Bemaßungen vergeben. Und jetzt sind wir in FreeCut 1.0 in der neuen Version. Das ist sehr schön. Denn hier möchten wir jetzt in Zukunft versuchen, immer über dieses Standard-Bemaßungstool zu arbeiten. So wie das in vielen anderen CAD-Programmen auch ist, du hast eigentlich ein Tool zur Bemaßung. Und das benutzt du eigentlich immer. Du kannst hier noch auf den Pfeil klicken und siehst hier die einzelnen. Die hat man dann in FreeCut früher separat immer machen müssen. Da muss man sich entscheiden, möchte ich jetzt hier das mit einem Abstand oder vertikal oder horizontal bemaßen oder einen Winkel. Das kann jetzt tatsächlich alles dieses neue Bemaßungstool oder auch Shortcut D wie Dora. Dora, zack! Und da ist das Bemaßungstool. Ich klicke mal die Linie an und hier unten die horizontale Linie und starte jetzt hier mal direkt mit dem Winkel 30 Grad, genau wie es auch im Tutorial ist. Jetzt haben wir hier den Winkel schon mal drin. Wenn uns die Position nicht gefällt, drücke ich kurz auf Escape und dann kann ich hier die Maße auch noch rumschieben, wie ich das will. So, jetzt haben wir hier das sehr schön dargestellt und jetzt nach und nach die restlichen Maße dran. Also noch mal D, direkt das Shortcut lernen, D für Dimension, Bemaßung und dann machen wir hier unten die Linie. Die ist 100 Millimeter lang. So, scrollen hier ein bisschen raus. Dann mache ich als nächstes mal hier den 20er Radius dran. Alles mit dem gleichen Tool. Das ist wunderbar. Noch einfacher geht es kaum. Das ist eine super Sache, die es jetzt bei FreeCut gibt. Ich wähle diesen Punkt aus und dann seht ihr, er nimmt jetzt schon automatisch hier diesen Skizzen Nullpunkt als Ursprungspunkt. Das heißt, ich ziehe das jetzt nur noch nach links und habe jetzt hier schon das richtige Maß. Dann noch 50 Millimeter eingeben und bin fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Freiheitsgrad, was ihr immer rechts hier überprüfen könnt. Das ist im Endeffekt dann der Abstand auch wieder von diesem Punkt zum Skizzen Nullpunkt, aber diesmal in horizontaler Richtung. Auch 50 und so einfach geht jetzt das Bemaßen im neuen FreeCut 1.0. Die Skizze ist vollständig bestimmt. Wenn ihr jetzt hier mal auf Aktualisieren geht, werdet ihr sehen, dass auch hier das Symbol an Sketch links im Modellbaum jetzt so dargestellt wird, dass hier kein offener Freiheitsgrad mehr existiert. Um euch das kurz zu demonstrieren, wenn ihr neu bei FreeCut seid, interessiert euch das bestimmt. Ja, machen wir mal folgendes. Ihr schaut jetzt, so sieht das Sketch-Symbol aus. Ja, und wenn wir da jetzt reingehen und hätten zum Beispiel dieses Maß noch nicht gesetzt. Ich entferne das jetzt mal auf der Tastatur, aktualisiere das und schließe. Und jetzt seht ihr, dass an diesem Sketch-Symbol ein gelbes Kreuz dran ist. Das bedeutet immer, diese Skizze ist noch nicht vollständig eingeschränkt, noch nicht vollständig definiert. Das heißt, da könnten jetzt unter Umständen Blödsinn mit dieser Skizze passieren, um das kurz zu demonstrieren. Wir haben jetzt hier noch nicht die Länge eingestellt. Das heißt, wenn ich jetzt hier ganz wild ziehe, ihr seht jetzt oben, der Radius springt hier um. Ihr seht das oben rechts dargestellt. Unten links geht der Punkt dann unter die Z, also beziehungsweise unter die vertikale Achse, also unter die Z-Ebene. Dann sieht die Skizze, die sieht dann richtig wild aus. Und das könnte dann tatsächlich auch nicht mehr sauber extrudiert werden, weil wir jetzt hier Linien haben, die sich schneiden. Und das soll auf keinen Fall passieren. Deswegen ist das so wichtig, dass die Skizzen sauber vollständig eingeschränkt sind. Weil wenn das jetzt ist, das ist jetzt der Fall. Jetzt kannst du hier mit deiner Maus nichts mehr verziehen und verschieben. Jetzt kann die Skizze auch nicht mehr flippen, kaputt gehen oder sonst wie in die Hose gehen. Ja, das ist ganz wichtig, denn diese Skizzen, die in die Hose gehen können, die ziehen natürlich nachher auch nach sich, dass die ganzen Befehle, die da drauf aufbauen, kaputt gehen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen das Ganze jetzt hier extrudieren. In FreeCAD heißt das Ganze Pad oder Polster und auf Deutsch jetzt hier mittlerweile Aufpolsterung. Wir müssen das jetzt aber gar nicht wissen, dass das jetzt der nächste Befehl ist, denn sobald die Sketch hier ausgewählt ist, schlägt uns ja FreeCAD hier vor in der Aufgabenliste. Ja, lieber User, was möchtest du denn als nächstes machen? Und dann schlägt er uns unter anderem auch die Aufpolsterung vor. Wir möchten das Ganze auch symmetrisch aufpolstern, also nach beiden Seiten. Wenn hier steht Länge 10 mm und er sagt, dass symmetrisch zu einer Ebene ist, dann macht er nach links 5 und nach rechts 5 und wir wollen genau 30. So. Ja, und jetzt ist unser Bauteil im Endeffekt schon fast fertig. Es fehlt hier oben drin, in dieser Fläche fehlt noch eine Bohrung, aber ansonsten sind wir tatsächlich schon durch. Interessanterweise, das Tutorial in der aktuellen Version in der Dokumentation ist ja für die 017 erstellt und zu dieser Zeit war es absolut nicht empfohlen, hier auf Körperflächen Skizzen anzulegen. Da hat man dann gesagt, macht das bitte hier auf die Standardebene. Ich blende die mal gerade mit der Leertaste hier ein. Also hier, bitte macht diese Skizzen immer nur hier auf die Standard-Ebenen xy, yz oder xz-Ebene oder zur Not legt ihr euch hier über die Bezugsebene eine Ebene an, aber macht bitte nie auf Körperflächen die Skizzen. Dadurch, dass jetzt bei FreeCAD 1.0 das sogenannte Topo-Naming oder Topological-Naming-Problem weitestgehend gelöst ist, weitestgehend ausgeschaltet wurde, dürfen wir das jetzt machen und können das jetzt auch direkt mal einüben. Also wir wählen diese Fläche aus und sagen dann wieder neue Skizze, da rechts wird es ja auch schon angezeigt, dass wir eine neue Skizze erstellen können, klicken da drauf und zeichnen jetzt einfach mal hier einen Kreis irgendwo grob, jetzt mal, ich mache es jetzt einfach mal ganz grob, einfach mal so hier her und geben einen Durchmesser von 15 mm an. Also der ist jetzt erstmal noch nicht eingeschränkt, der hat zwei Freiheitsgrade, also in horizontaler Richtung, also nach da und in vertikaler, also oben unten, lässt er sich jetzt hier frei platzieren und das darf natürlich nicht sein. Der soll halt immer genau hier auf der Diagonale beziehungsweise genau hier mittig zwischen den Eckpunkten von dieser Fläche sitzen. So, jetzt haben wir in FreeCAD das Problem, wir können diese Eckpunkte hier nicht anfassen. Also wir können jetzt nicht sagen, ich will das vermaßen zu diesem Punkt hier da. Das geht in FreeCAD nicht. Das heißt, wir müssen uns zunächst die externe Geometrie in die Skizze rein referenzieren. Das geht hier über diesen Schalter, der nennt sich externe Geometrie erstellen, den wähle ich mal aus. Jetzt kann ich mich hier ganze Körperkanten, aber auch einzelne Punkte zu englisch Vertices hier rein linken, also den Punkt, jetzt wird er so ein bisschen dunkler in lila hier dargestellt und der Punkt. So, jetzt sind die beiden Punkte Bestandteile der Skizze. Ich kann jetzt eine symmetrische Einschränkung festlegen, symmetrisch erstellen, klicke den Punkt an, klicke den Punkt an und sage jetzt noch der Mittelpunkt des Kreises soll genau in der Mitte liegen. Warum man jetzt hier einen Fehler darstellt im Ausgabefenster, weiß ich nicht. Den könnt ihr dann einfach mal leeren. Die Skizze kann man so machen. Hier steht ja auch vollständig bestimmt, es gibt keine Probleme. Da hat er sich wahrscheinlich einfach mal mitten im Befehl verschluckt, aber grundsätzlich, wenn er jetzt hier schließt, die Sketch 001, die ist auch sauber. So, jetzt machen wir noch Ordnung hier im Modellbaum. Wir klicken hier das noch mal auf. Die Sketch, die nennen wir um, also F2 auf der Tastatur, Skizze minus Grundkörper. So, und das wird umbenannt, Skizze umbenennen, beziehungsweise kann ich auch wieder anwählen. F2 drücken, Skizze minus Bohrung. So, und jetzt habe ich hier eine Skizze für die Bohrung und einen für den Grundkörper. Das Pad könnte ich auch noch umbenennen, den Körper könnt ihr umbenennen, wie ihr wollt, aber das war jetzt nochmal exemplarisch. So, jetzt wähle ich die Skizze für die Bohrung, sage dann hier eine Vertiefung, also eine Tasche und sage einfach komplett durch alles durch. Okay. Und habe jetzt mein Bauteil fertig erstellt. So, und jetzt gucken wir noch, wie stabil ist das Ganze? Denn ich hatte euch ja versprochen, durch das Toponaming, das hier gefixt wurde, ist das Ganze jetzt auch stabil. Wir gehen jetzt wieder rein in die Skizze vom Grundkörper und passen die jetzt mal hier ganz rigoros an. Wir ziehen eine neue Linie von diesem Eckpunkt zu diesem. Das könntet ihr jetzt nicht aufpolstern in FreeCut, weil wir hier keine einzelne geschlossene saubere Kontur haben, sondern wir haben hier eine doppelte Kontur. Das geht nicht. Das heißt, eine dieser Linien muss nun in eine Hilfslinie umgewandelt werden, in eine Konstruktionsgeometrie. Das heißt, ich wähle jetzt mal den Radius hier aus und sage dann hier Hilfsgeometrie umschalten. Das heißt, jetzt ist das nur noch so eine Hilfsgeometrie. Die wird nicht ausgewertet, sondern jetzt wird hier diese Schräge ausgewertet. Und um es jetzt noch ganz wild zu treiben, mache ich jetzt noch ein Rechteck, das ich mir jetzt hier irgendwo rein platziere, 40 breit und 15 hoch. So, jetzt fehlt ihm natürlich noch die Abmessung, also die Position, Dimension, also von hier nach da 5 mm und von hier nach dieser Linie 10. So, jetzt haben wir ja schon massive Geometrieänderungen durchgeführt, schließen das Ganze. Aber wie ihr seht, hier hat er ein bisschen was gemacht. Das ist ein Hinweis, das ist kein Fehler, das ist nicht in Knallrot gefärbt. Also ist alles in Ordnung. Er hat, obwohl er jetzt diese Kante da sich geändert hat und obwohl es jetzt hier viele neue Kanten gibt, ja, gibt jetzt die Kante neu und die und die und auf der Rückseite, trotz dieser harschen Änderung ist hier unsere Bohrung nicht kaputt gegangen. Ja, so jetzt machen wir noch was Wildes und dann bin ich auch wirklich schon fertig für heute. Ich selektiere mal das hier oben, gebe da noch eine Phase drauf von 2 mm, gehe auf OK. Jetzt gehe ich nochmal in meine Grundkörperskizze rein und dort nehme ich dann dieses Rechteck nochmal raus. Das wird jetzt hier auch nur Hilfsgeometrie und hier switche ich wieder um. Du wirst zur Skizzengeometrie, du wirst nur Hilfsgeometrie, gehe da wieder raus. Jetzt ist das Bauteil geändert. Er hat hier wieder viel gearbeitet. Das Toponaming wäre jetzt wahrscheinlich schon wieder aufgetreten, aber das wurde ja gefixt. Dementsprechend ist alles noch an Ort und Stelle. Diese Phase ist genau dort, wo sie sein soll, wo sie vorher auch war. So, und jetzt könnt ihr selber mal ein bisschen experimentieren. Ich hoffe, euch hat das jetzt ein paar Einblicke beschert, wie man dieses sehr simple Tutorial, aber trotzdem wichtige Tutorial in der aktuellen 1.0 nachbauen kann. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare darunter, was ihr noch so gebastelt habt und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall wieder nächste Woche beim nächsten Video zu FreeCAD. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die langjährige Unterstützung hier bei YouTube, dass ihr meine Tutorials so fleißig schaut und feiert und bewertet. Daumen hoch, Abo und das alles muss ich euch ja nicht sagen. Bis dann, macht's gut, euer Florian und ciao.